So, jetzt genug gebastelt. Bisschen erkunden. Stopp. Und Zeitplan hinzufügen. Boras nicht. Boxit. Sonst muss ich die Weichen stellen. Ist auch blöd. Ah, da wartet garantiert wieder diese Giftspinne auf uns. Neue Zwischenboss oder was da noch immer ist. Jetzt kann ich... Oh, Safe Point. Wieder rausnehmen. Und selber Gas geben. Da ich da noch keine Foundations habe, spawnt die halt immer wieder und wieder und wieder und wieder. Kannst du uns nur nicht richtig im Bahnhof halten, sonst werde ich beladen. Ah, ich kann ein Stück durchfahren, genau. Habe ich sie extra gemacht. Klack, Stauch. So, Waffe. Wichtig. Oh, warte. Genau. Bin Scanner. Wenn ich sie jetzt gekillt habe, kommt da Dinges hin. Eine Foundation. Braucht nicht wieder spawnen. Ja, die NPCs ganz ausschalten geht hier auch nicht. Du kannst nur... Ach, hier die Katzen. Mal ganz ehrlich, die NPCs bringen ja auch was. Noch mal ein paar Nüsse. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Oh, jetzt passt's. Da könnte ich mal einen nachladen. Oh, ich hab nur einen. Hey, alles gut. Mann! Grünzeug weg! Keiner mag Grünzeug. Boah, ist das dicht. Wo bewegen wir uns? Na, ich will nach rechts. Also da lang. Da bin ich. Ja, die Richtung beibehalten. Hops. Die nehme ich immer mit. Schon wieder welche. Hm. Z. Die Map. Ah, ein bisschen so. Gehen uns gleich garantiert wieder Mücken oder so im Keks. Pflanzen wachsen wohl auch nur nach sehr, 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 sehr langer Zeit nach. Also Spielzeit. Pflanzen. Also die Früchte und so. Aber nur sehr, sehr lang. Aber ob's stimmt, ich kann's noch nicht so genau bestätigen. Problem ist, das könnte man nur genau wissen, wenn man da was gebaut hat und, ja. Wenn da was gebaut hat, sponst wahrscheinlich gar nicht nach. Äh, ja, okay. Kann man machen. Dann spielen wir den Spielstand denn schon. Kann man das irgendwie sehen? Wollte eh mal zwischenspeichern. 108 Stunden. Echt jetzt? Zwischenspeichern. 110 Stunden, 7 Minuten. Holla, die Waldfee. Ja, ein bisschen mehr darüber. Oh, schick. Die Bäume sind mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Oh, krass. Ob hier war ich noch nicht? Na, eigentlich doch. Okay. Wo ist mein... Scanner? Der muss wieder... Oh, hier. Pablo wäre. Hm. Oh, krass. Die haben sowieso ziemlich viel richtig geil gemacht hier in dem Spiel. Am Baum klebt sie nicht. Ne. Dann ist sie hier drunter irgendwo. Äh, Elektroschnecken. Elektroschnecken-Skinnig. Ich höre euch. Ihr habt dich gesehen. Gib mir deine... Beginnereien. Danke. Nein. Nein. Ja. Z. Irgendwo habe ich auch noch eine Schnecke. Habe ich Gasmasken und Filter dabei? Äthi-Bätsch. Schnecke. Mal eben gucken. Ich sehe nämlich keine Filter. 21, alles klar. Dann können wir ein bisschen was treiben. Es kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Speck-Pilze. Oh, so eine geile Kombination. Pilze und Speck. Lecker, lecker, lecker. Oh ja, mal ein Schluck Kaffee. Irgendwo habe ich noch eine Schnecke, ne, Lila, ne? Ich habe aber den Eingang nie wieder gefunden. Ich habe sie mir aber markiert. Zack. Absturzstelle. Auch mal checken. Ah, guck mal, da hinten. Die sind ja ganz niedlich, aber diese Furzdinger da, die... Nehme ich. Hör dich brummen. Hui, hopp. Idiot. Komm her. Gibst du direkt dann auf dat Map. Ah, reck. Ihr beschützt doch nur das Grünzeug. Keiner mag Gemüse. Lern es. Eine Pablo-Beere. Hab. Oh, noch eine Pablo-Beere. Hier war ich noch nicht. Wo ist denn jetzt die Tettel, ne? Habe ich mit? Nehme ich. Danke. Was raschelt denn hier so? Dickerchen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist das? Warum? DPU clear. Grafik clear. War hier allerdings garantiert noch nicht. Komm, schieb mal dein Kadaver weg. Ich will das Zeug haben. Danke. Kranken. Wo ist er? Hä? Oh, der kann aber gut fliegen. Karte? Ja. Bewege mich halbwegs richtig. Hopp. Hm. Grafikgrad mal bei 80%. CPU bei nicht mal 30%. Ups. Zack. Ich kann mal etwas langsamer bewegen, damit der Zeit hat zum Nachladen. Ich wusste es, du Drecksvieh. Oh. Wah! Ja. Ich很多 Ding, du. Ah. Pablo Bären. Immer her damit. Da sind ja noch mehr. Paolo, komm mit. Und du auch, Paola. Noch mehr. Kartencheck. Ne, ich bewege mich zurück. Ich bin ecklig. Aber die Katzen sind ja noch schlimmer, die du da einstellen kannst für den Arachnophobie-Modus. Uhoho. Okay, jetzt kommen wir in unbekannte Gefilde. Pablo? Pablo? Oh, du schlumpf, du. Komm ran hier. Fuster ausgegangen. Nicht schlimm. Unbekanntes Gebiet. Unbekanntes Gebiet. Pablo nehme ich immer mit. Da ist noch eine. Ich meine, ist die blöde Gasspinne nicht begegnet. Etwa ein Spinnenbohnen essen, ist mir auch ein Rätsel. Ach, ja, ja. Sag mal. Wo ist der mein Heiler? So, pass mal auf, mein Freund. Ich hab da was. Na, fertig. Skutiere ich doch nicht mit dir. Schlimm. Speckpilzchen. Lecker, 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 lecker. Einstecken. Pilz und Speck. So eine geile Kombination. Wenn das wirklich wachsen würde. Nur noch Pilze sammeln. Wow. Aha. Zu zweit, ja? Oh, zu dritt. Ihr wollt's aber wissen, ha? Öko-Terroristen. Eins. Drei. Drei. Ja, aber die ganzen Pablos nehme ich mit. Klingt wie Paela, also schmeckt bestimmt. Oh, Cing, 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 Cing. Ach. Speck mit Pilzen, Speck mit, ach, Speck pur, alles. Hauptsache Speck, Speck, Speck. Ich hab drei von fünf Bechern mit? Hä? Seht ihr? Speck mit Speck, Speck mit Eiern. Speck mit Speck und Speck. Das ist auch eine gute Kombination. Ich glaub, wird echt Zeit für einen neuen Save geben. Der wurde so oft überarbeitet. Extra hier so eine Superspeed NVMe-Platte reingemacht, damit sowas nicht passiert, aber... Nö. Noch schenken können. Vielleicht mal geschenkt hab ich's im Jahr, aber... ...bäm, Junge. Noch einer? Okay. Ist cool, Mann. Ich hör dich. Die Schädel. Oh Gott. Sehr gut. Einmal tief durchatmen und alles wieder gut. Gibst du mir jetzt deine... Nee, ich wollt keine Blätter. Ich wollt da, da. Ah, da. Auch ziemlich cool, dass hier die Sachen immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag liegen bleiben. Wo sind die Blätter? Da sind sie. Weg. Zup. Zapp. Moment, warte. Also. Nee, der Cheat-Vogel. Na, wie gefällt dir das? Nicht gut? Warte, ich hab da noch einen von. Gefällt dir der? Oh, hier muss man treffen, ne? Komm her. Nein, die Enge getrieben und so. Oh, shit. Oh. Wo ist denn der? Bin doch abgemurkst. Penner. Ist ja immer noch am Leben. Und Wasser ist gar nicht gut. Hallo. Luft. Ja, das ist... Im Wasser bist du... ...verraten und verkauft. So, wo ist der Sack? Hier. In your... ...Dings da. Falls du das hast. Geh mir die Hüben aus. Oh, hab ich. Nein, ich will keine Schnellreise nach Hause. Ach, guck mal, kaum kriegst du... Du bist wie ein Schuhluftsprügler, ne? Kriegst du auf die Nase, bist du weg. Na, komm her, komm her. Oh, ah. Du auch? Erst mal gucken, ne? Kumpel kriegt aufs Maul, bleibe ich lieber weg. Hetze mal, Hetze mal, Hetze mal, ne? Ah, da lang. Nein, nicht MZ. Also, dämliche Tastenkombi. Okay, da lang. Wups. Ich kann mir das Spiel gar nicht vorstellen. Mit mehreren rumzugucken. Oh. Boah. Na gut, ruhig. Ne, ist schwierig. Gibt es echt an einem Strang ziehen können? Kann ich nicht. Na, zack, zack. Maeshafair. Ich weiß, dass die noch WEP sind. Ich nehme die trotzdem immer mit. Warte, ich habe gleich Zeit für dich. Wer war das? Oh. Keine Ahnung. Irgendwo ist hier wer. Was ist denn da auf der Insel? Warten die da? Mach mal die Funzel aus. Ach so, Bäume. Bitte da, ich danke. Wollte ich da jetzt runterhüpfen oder wäre das dumm? Weiß nicht. Ah, Schnecki. Zack. Schneck, Schneck. Ich weiß nicht, ob man da runter kann. Ich lasse das mal. Ach wohl, da wächst ein Baum. Dann kann ich auch da runter. Hei, oh. Oh, nee. Eine Furzblume. Uah. Shit, 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 shit. Nein. Nein. Tot. Oh, verdammt. Eh, no. Don't worry, be happy. Naja. Bis zum nächsten Mal.